Tatsache ist, dass ich sicher in einer sehr ungewöhnlichen Situation diese Funktion übernommen habe und auch im Bewusstsein dieser ungewöhnlichen Situation mir war völlig klar, und das war auch das, worum ich gebeten wurde, es kann nur mehr darum gehen, quasi wie ein Masseverwalter jetzt das noch umzusetzen im Rahmen des an sich gescheiterten Regierungsprojektes, das noch umsetzbar ist, im Interesse des Landes sicherzustellen, dass nicht alles jetzt zum Stillstand kommt, sondern einige Projekte einfach tatsächlich noch finalisiert werden. Das ist, glaube ich, gelungen, entgegen der ursprünglichen Erwartungen war das sogar relativ viel, was ja noch gemeinsam standgebracht am Mund. Nachträglich betrachtet war ich vielleicht für diese spezielle Funktion auch der richtige, weil wir haben einiges zu Wege gebracht. Ich bin sicher ein höchst untypischer Vizekanzler gewesen, das war von Anfang an klar, und das ist auch für mich völlig in Ordnung. Die Erwartungshaltung war eben eigentlich eine sehr, sehr bescheidene, von Anfang an, auch von meiner Seite, und die haben wir eigentlich deutlich übertroffen. So gesehen bin ich nicht umzufrieden. Wir haben eine Wählerentscheidung, die, finde ich, eindeutig ist. Wir haben einfach die Notwendigkeit, Reformen umzusetzen, die zu lange verschleppt wurden. Daran ist in Wahrheit auch die Regierung gescheitert. Und jetzt hat die Bevölkerung eindeutig signalisiert, wir wollen Veränderung, wir wollen, dass es hier entsprechende Änderungen und Reformen gibt. Und die werden jetzt wohl auch kommen. Das entspricht dem Wählerwählen und das ist daher aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Ich bin ja nicht der Einzige, der davor gewarnt hat und deutlich gemacht hat, dass man hier sehr vorsichtig sein muss. Ich habe beim Richtertag im Prinzip genau das Gleiche gesagt, wie auch kurz darauf die Frau Nationalratspräsidentin Köstinger, die gemeint hat, Man muss hier sehr vorsichtig sein im Zusammenhang speziell mit Grund- und Freiheitsrechten, Minderheitsrechten und internationalen Vereinbarungen. Die muss man wirklich speziell behandeln. Das kann man nichts ohne weiteres mit direktdemokratischen Elementen letztlich verändern oder gestalten wollen. Da gibt es sicherlich Grenzen, gerade in diesen Bereichen. Da muss man sehr sensibel sein. Und genau das war meine Meinung, war immer meine Meinung und ist meine Meinung. Und ich bin sicher, dass nach allem, was ich höre und was auch Sie wahrgenommen haben, mit Sicherheit die ÖVP hier sehr sensibel und vorsichtig sein wird. Daher erwarte ich mir hier nichts wirklich Dramatisches. Für eine Regierungstätigkeit ist wichtig, ein funktionierendes Teamwork mit den Personen, die tatsächlich in der Regierung sind. Das ist die wesentliche Fragestellung, die sich für mich nicht mehr tatsächlich gestellt hat. Und alles andere ist, ehrlich gesagt, zu theoretisch und zu abstrakt. Und wie Sie wahrscheinlich gemerkt haben werden, ich sehe die Dinge nicht so stark ideologisch. Ich bin eher Pragmatiker. Als Justizminister ist die Einstellung völlig klar und unmissverständlich. Entscheidungen von unabhängigen Gerichten und insbesondere von Höchstgerichten im Verfassungsgerichtshof sind selbstverständlich zu akzeptieren. Sie sorgen für Rechtsfrieden und das ist gut so. Punkt. Als Privatmann, als Katholik verstehe ich auch die Argumentation von Kardinal Schönborn. Dafür habe ich auch Verständnis von seiner Grundposition her. Es ist halt die Fragestellung eine, die halt schon sehr stark polarisiert. Aber es ist hier auch sehr viel Ideologie mit im Spiel. In der Sache selbst haben wir, und da habe ich mich schon ehrlich darum bemüht, seit 2014 begonnen, die noch bestehenden Unterschiede, die es diskriminierend empfunden wurden, zwischen eingetragener Partnerschaft und der Ehe zu beseitigen. Der Begriff ist missverständlich und manipulativ, wird bewusst eben eingesetzt, um bestimmte politische Ziele durchzusetzen. Aber ich kann nur sagen, letztlich ist es ein Streit um das Kaisersbad. Warum? Man braucht in einer rationalen, vernünftigen Strafvollzugspolitik beides. Man braucht natürlich den Sicherungszweck selbstverständlich. Das eingesperrt sein ist natürlich ein Strafübel, das der Betreffende auch spüren muss, das auch die Allgemeinheit wahrnehmen muss. Aber wenn man schon die Freiheitsbeschränkungen notwendigerweise an bestimmten Personen nun vollzieht, dann muss man in dieser Zeit mit ihnen was Vernünftiges tun, um sie fit zu machen für das spätere Leben in Freiheit und möglichst ohne Kriminalität. Nach meiner persönlichen Einschätzung glaube ich das schon. Oh ja, er hat sicher das Potenzial dazu. Das ist die Frage, ob er wirklich einmal herausragend Zeit findet, um sich auf diese und auf ihre Linie zu konzentrieren.